Am Anfang jeder Innovation steht eine zündende Idee. Und gute Ideen entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zusammenkommen und sich austauschen können. Ideation Spaces bieten Raum für diesen Austausch. Sie inspirieren und unterstützen die Zusammenarbeit in Workshops oder im Projektalltag auf vielfältige Art und Weise. In Ihrer Funktion als Creative Spaces bieten Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ideen zu visualisieren und mit einfachen Mitteln umzusetzen. Etwas, das zum Beispiel in Design Thinking Workshops sehr konsequent gemacht wird. In Ihrer zweiten Funktion als Escape Spaces ermöglichen Sie das Ausbrechen aus dem Alltag. Ideation Spaces sind bewusst anders gestaltet als das klassische Büro und animieren so zum Verlassen ausgetretener Pfade und eingedosteter Denkmuster. Und in Ihrer dritten Funktion als Support Spaces sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf von Workshops und Projektmeetings, so dass sich die Teams voll und ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren können.